Ja, hallo und willkommen zurück. Ach, hier kommt man auch hoch. Einrichtung. Daneben. Ich will mich erstmal im Ohr kurz umgucken. Kann ich das nicht wegmachen? Äh. Komm. Eisbecher ist so geil. Ähm. Eisbecher erstmal raus. Nein. Nein, zu. Äh. Hauen wir uns den Eisbecher rein. Äh. Den Wackel. Den Wackelschrudding. Okay. Erstmal muss ich gucken, wo wir hier sind. Aha. Was hat die Gitarre da zu sagen? Ach, wir konnten ja gar nicht hoch. Wir mussten da lang. Okay. Was sagt ihr denn? Die Herausforderung sollte nicht allzu schwierig sein. Äh. Ich mache mir mehr Sorgen um die Kämpfe. Und gebt euer Bestes, Kinder. Keine Sorge, wenn ihr eine Prüfung nicht besteht, lassen sie euch trotzdem bei den Finale kämpfen zu sehen. Du bist so ein Arsch, ey. Äh. Bopp. Okay. Hier schneicht schon wieder irgendwas. Komm. So. In Scheiben. In Scheiben. In Scheiben. Ja, los. Oh, Minuspunkte. 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 Ja. Komplett. Weiter so. Na komm. Schlaf erst mal. Da hin. Ey, es kann nicht wahr sein. Nicht wahr sein. Hm. Manchmal will das nicht so. Ja. Wäre schwer untergefallen. Hä? Komm, komm schon, Spatzenhörn. Beweg dich. Oder, äh, lass es. Äh. Ich muss meine innere Mitte finden. Okay. Such deine Mitte woanders. Manche von uns sind zum Gewinnen hier. Bitte hör auf. Hör auf zu schreien. Das war's. Du bist ein Arsch. Hm. Ist das etwa Kaspers Handlanger? Mein Name ist Klein. Nicht Handlanger. Ach, Mist. Ist wohl meine Maske runter verrutscht. Hm, hey. Schaut mal hier rüber. Er ist also ein Bösewicht, von dem ihr vorhin gesprochen habt. Ja. Nach einer Menge Ärger. Genau. Hier, hier müssen wir wirklich mehr über den Auftrag erzählen. Hm. Oh, natürlich. Hier, erzähl es dir auf den Weg da unten. Na, nu. Hier ist schon mal irgendwas geplatzt, ey. Kann ich speichern? Geil. Speichern, speichern, speichern. Ja. Ich will speichern. Bööö. Irgendiges Tricksding. Ja, jetzt geht es auf einmal. Hm. Komm. Wieso konnte ich das nicht abwehren? Naja. Okay. Ja, klar. Boah. 5 RP fehlen. Okay. Ziert. Brücke. Okay. Einen müssen wir jetzt noch besiegen. Ich sage mal wieder ein Level auf. Er hat uns nicht gesehen. Okay. Äh. Gegenstand. Hm. Okay. 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 Den lassen wir uns schlafen. Ich. Genau. Verfehlt. Da drauf. Ja. Gummis Geschichte. Hm. So, die Bunde. Bam, bam, bam. Ich bin sicher, ich muss irgendwas anwenden. Danach bin ich wieder fresh. Jawoll. Oh, einmal wieder aufgelevelt. Mehr Willenskraft. Mehr Rucksackplatz. Oh, einmal wieder fresh. Ich kann nicht buddeln. Da schnarcht er. Da schnarcht er. Wie komme ich jetzt da hin? Ich muss mich erstmal umgucken. Halt die Nase, letzte Nervensäge. Was? Oh, Verteidigung ist dauernd. Mit Wunde. Beide weg. Ja, am besten so viele Level mitnehmen, wie geht. Wir haben alle die selben Atribute. Oh, okay. ähm okay okay Nein, nicht sterben. Ähm, Sozialangriff, muss ich ausprobieren, das ist ja kacke, okay. Ah, ich muss, ich bin hier, reicht noch nicht, reicht leider noch nicht ganz aus. Ah, okay. Hier. Ah, erwischt. Dann kann ich endlich aufsteigen. Ja. Ja. Hmm. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh nein. Na komm. Weg. Weg. Kann ich hier nur Verteidigung machen, ne? Ähm, ja. Weg. Beteiligung. Weg. Guck'n Kelln. So, Beteiligung. Guck'n Kelln. So, Verteidigung. Oh, endlich. Oh, Platz auf. Level aufgestiegen. Okay. Wow, so viele Teilnehmer in diesem Jahr. Nehmt euch ein paar Kissen. Werne Kämpfer, ich werde euch die Regeln erklären. Zu heller erst, ich bin Silvest. Oh, hallo. Ich bin euer erster Hüter. Liebe Frieden, Strände und den einfachsten und schnellsten Weg durch die Herausforderung des Lebens. In diesem Jahr erwartet euch eine tolle Beweglichkeitsprüfung. Die macht so viel Spaß. Dass ihr sicher nicht... in den nächsten Raum wollt. Na ja, da kommt es gerade rechtzeitig. Oh Gott. Hiesling. Sollte beim Wettbewerb nicht erlaubt sein. Hm. Halt, 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 halt. Hm. Woher kommt die negative Energie? Jeder bekommt hier eine faire Chance. Schlagsiges Kärchen. Nun, seht euch diesen kleinen Nimbus-Wolker hier. Sie wird versuchen, euch zur Fall zu bringen. Wenn ihr leichtfüßig seid, äh, dann springt, wenn sie auf euch, äh, auf eure Füße zukommt. Hm. Ihr müsst das Timing finden, oder? Sie ist schon, äh, wieder vorbei. Oh, ich enthaut euch die Füße weg. Keine extra Punkte für Stanz. Oder akrobatische Sprünge. Schweben, oder fliegen, sind streckensverboten. Hm. Du bist zuerst dann, Kleiner. Oh, ich enthaut euch die Füße weg. Oh, ich würde gleich. Wird etwas schneller? Ja. Egal. Jetzt ist es nicht mehr egal. Ende. Reicht bestanden? Gut gemacht, Kleiner. Du hast den Dreh raus. Äh, ihr habt meine Ausforderung gut bestanden. Geht nach unten und, äh, seht nach. Was tust du für euch bereithält? Oh, geil, bestanden. Du bist dran, großer. Hm. Du sagst springen, sag ich. Äh. Der Güter in der Beweglichkeit kann nicht mal sein Gleichgewicht halten. Ah, Kleiner Silvester einfach umgehauen. Nein. Ich bin okay. Aber, das war echt uncool, Kumpel. Ich mach die Prüfung noch nie. Bis später, ihr Verlierer. Ist erlaubt? Ich schätze, das war genau genommen nicht gegen die Regeln. Ach, du Scheiße. Oh Mann. Ab jetzt muss ich hier ein paar mehr Regeln aufstellen. Na, ihr seid ein paar Luschen. Ah, ich hab mein Eid der Ruhe gebrochen. Ich bin an der ersten Prüfung gescheitert. Okay. 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 Ah, da hinten kann ich noch Dinger abgeben. Uhuhu. Kann ich speichern. Uhuhu, geil. Kann ich noch Einrichtung zerstören? Jungreisende. Bitteschön, Fähigkeitspunkte. Natürlich, da gucken wir gleich mal rein. Hm. Und zwei. Blind. Ich brauche drei. Yagi. Gucken wir mal. Okay. Hier haben wir das. Haben wir das. Feuer. Okay. Alles klar. Hätten wir das. Kann man hier doch Einrichtung zerstören? Nö. Aber hier gibt es jemanden, mit dem ich erzählen kann. Äh. Was ist eine Prüfung des Verstandes? Ich wusste nicht, dass wir Hausaufgaben hatten. Okay. Okay. Machen wir die Folge ein bisschen kürzer. Nenn es einfach aus gesundheitlichen Gründen. Machen wir es ein bisschen kürzer. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis denn. Ciao. Ciao.